Johanna, kannst du mir vielleicht helfen? Ja, klar. Ok, dann mach ich schon mal das Auto fertig. Ok. Leute, das Auto, es ist kaputt. Oh nö, Mama. Na dann, such uns einen Mietwagen. Ich hab eine viel bessere Idee. www.flotte-galin.de www.flotte-galin.de Das ist ein kostenloses Lastenfahrrad. Das kann man sich ausleihen. Und, gebucht! Das geht's! Super! Gleich schnell! Ich komme!